Die grüne NaturaGard-Teichfolie ist extrem belastbar und das auch bei tiefen Temperaturen. Es ist immer gut, wenn eine Folie eine solche Dehnungsreserve und Kältefestigkeit hat, sie wird sie langfristig brauchen. Doch auch trotz dieser Flexibilität bleiben Risiken. Kahle Ufer können im Frühjahr von der Eisplatte aufgeschnitten werden. In seltenen Fällen können sich Bisam und Nutria von der Wasserseite in das Ufer wühlen und die Folie beschädigen. Oder Reier können mit der Schnabelspitze die Folie durchschlagen. Das alles ist selten. Am wichtigsten ist aber die UV-Strahlung der Sonne. Das ultraviolette Licht kann die kahlen Folien innerhalb weniger Jahre zerstören. Im dichten Pflanzengewirr der Naturteiche dringt kaum Licht bis an die Folie. In Schwimm- und Fischteichen ohne Unterwasserpflanzen reicht das UV-Licht jedoch tief ins Wasser. Naturagard hat daher eine Technik entwickelt, mit der die Teichfolie durch eine steinharte Schicht geschützt wird. Dafür wird die Folie mit einer Verbundmatte beklebt. Klebestreifen helfen gegen das Verrutschen. Benachbarte Bahnen werden miteinander verbunden. Der Mörtel kann im einfachsten Fall auf der Baustelle aus Sand und Zement gemischt werden. Mit unterschiedlichen Farbpulvern kann man die Teichgrube völlig natürlich gestalten. Und mit Schläuchen kann der Mörtel direkt in die Baustelle gepumpt werden. Ein Besen hilft, eine zunächst dünnflüssige und dann eine festere Mischung einzuschlemmen. Solch ein Zementmörtel ist allerdings nur sehr schwer zu verarbeiten und der Transport in Schläuchen ist sehr störungsanfällig. Fertiger Naturagard-Teichbaumörtel aus Säcken ist hingegen anders zusammengesetzt und deutlich einfacher zu verarbeiten, besonders wenn man dafür solche Putzmaschinen einsetzt. In einem Rührwerk kann das gewünschte Farbpulver zugegeben werden. Ein Schneckenpumpwerk schiebt das Gemisch in die Teichgrube. Ein Kompressor schießt es mit Druckluft an die Wand. Selbst senkrechte Wände können auf diese Weise in einem Arbeitsgang bis über zwei Meter Höhe vermörtelt werden. Man kann die Wände wahlweise rau gestalten oder sogar fliesenglatt abziehen. Das Ergebnis sind dünne, aber steinharte Oberflächen, die die Folie von oben perfekt schützen und ihre Lebensdauer verlängern. Und es entstehen Teiche, die völlig natürlich aussehen und viel besser in die meisten Gärten passen. Das Ergebnis ist eine große Herausforderung. Vielen Dank.